Hallo. Servus. Servus. Na gut, hallo. Hallo. Servus. Servus. Das ist eine Überraschung. Super. Weltklasse. Cool, da kommt es rein. Dankeschön. Das ist aber wirklich eine super Überraschung. Hallo. Das ist jetzt ein bisschen über den Sprachglas. Gute Sache. Nein, hereinspaziert. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe zwar gewusst, dass wir heute schauen wollen, wie er spinnt und wo er hingekommen ist. Dass aber natürlich gleich so ein berühmter Gast mitkommt, der Dormann von Rapid Wien, ist natürlich für mich jetzt eine Sensation.